Auch die Serie A ist in die neue Saison 2022-2023 gestartet und ist somit die letzte verbliebene Top-Liga, zu der ich noch keine Prognose gemacht habe, welches Team letztendlich auf welchem Rang landen wird. Auch hier hat es mir wie bei der La Liga nicht mehr ganz gereicht, das vor dem ersten Spieltag aufzunehmen und hochzuladen, dennoch ist meine Prognose schon vor dem ersten Spieltag entstanden. Wir beginnen wie gewohnt von ganz hinten und gehen dann nach vorne und auf Platz 20 habe ich Lecce, die nach dem Aufstieg als souveräner Meister den ein oder anderen Leistungsträger verloren haben, den Kader über Laien und kostengünstige Transfers zwar erweitert haben, aber ich sehe in der Mannschaft eigentlich fast niemanden, der qualitativ das Niveau für die erste Liga hat, vor allem in der Defensive nicht und daher sind sie für mich klar letzter. Auf Platz 19 sehe ich dann Empoli, die letzte Saison eine schwache Rückrunde gespielt haben. Der neue Trainer ist jetzt Paolo Zanetti, der zuvor bei Venedig war, die ja bekanntlich auch abgestiegen sind. Der Kader wurde mit Marien und Vicario von Cagliari verstärkt, dennoch hat man Viti an Nizza, Aslani an Inter und Riki an Turin verkaufen müssen und daher sind die für mich auf jeden Fall im Abstiegskampf und laut meiner Prognose auch einer der Absteiger, auch weil man jetzt in das schwierige zweite Jahr in der Liga kommt. Nach der letzten Saison erwischt es nun auch laut meiner Prognose den nächsten Verein aus Genua, nämlich Sampdoria Genua, die auf meinem Platz 18 sind und somit auch absteigen würden. Der aktuelle Trainer ist seit Januar im Amt und in der Rückrunde holte man nur 16 Punkte aus 19 Spielen, was jetzt nicht so viel ist und auch vom Kader her hat man sich nicht verbessert, Torsby wurde zum Beispiel verkauft und niemand wirklich Nennenswertes wurde verpflichtet im Gegenzug und daher wird man auf jeden Fall wieder unten drin sein, vor allem sind im Kader viele Spieler auch weit über ihrem Zenit, wie ich finde. Auf Platz 17 sehe ich Kremonese, die wurden Zweiter in der Serie B und sind somit natürlich aufgestiegen. Sie haben jetzt einen neuen Trainer ohne Erstliga-Erfahrung, der Kader wurde aber extrem gut versteckt mit Askasiba, Okareke, Radu fürs Tor, der Inter letztes Jahr zwar die Vizemeisterschaft verschuldete, aber grundsätzlich ein guter Torwart ist. Zudem konnte man viele talentierte Spieler holen, wie zum Beispiel Ai Wu aus Österreich. Mit Jiri Jess hat man sich auch Serie A-Erfahrung hinzugeholt, auch wenn es daran immer noch so ein bisschen im Kader mangelt. Aber den absoluten Top-Transfer konnte man jetzt gerade erst landen mit Cyril Dessas als neuem Stürmer, über den ich ja auch schon beim Aller-Ersatz-Video ausführlicher gesprochen habe. Alles in allem wird es auf jeden Fall Abstiegskampf für Kremonese geben, aber ich traue ihnen den knappen Klassenerhalt auf jeden Fall zu. Einen Platz weiter auf Platz 16 sehe ich dann Salernitana. Nach der sensationellen Rettung letztes Jahr kann man jetzt erneut Erstliga-Fußball in der Stadt am Meer sehen. Trainer Davide Nikola sehe ich aber eher so als eine Art Retter an, ähnlich wie in Deutschland zum Beispiel Gisdol. Und so wird es nun in der zweiten Saison nicht ganz so gut weitergehen, wie es davor aufgehört hat. Sonst würde man ja um Europa mitspielen. Transfertechnisch hat man sich trotz des Ederson-Abgangs für 21 Millionen Euro in der Breite verbessert, unter anderem mit Lovato, Botheim und auch noch weiteren Spielern. Spezia sehe ich auf Platz 15. Die Mannschaft wurde größtenteils zusammengehalten. Den neuen Trainer Luca Gotti halte ich auch für gut. Und die Mannschaft wurde erneut gut verstärkt, auch für die Zukunft. Und daher denke ich, dass man sich weiter in der Liga etablieren kann. Bei Udinese Calcio, die ich auf Platz 14 einordne, ist Strüger Larsen ablösefrei gewechselt. Beto konnte man fest verpflichten. Und Top-Talent Udo Guy wurde auch fest verpflichtet für 4 Millionen Euro und wird aber im nächsten Sommer dann direkt für 18 Millionen zu Tottenham wechseln. Der Kader ist also relativ unverändert im Vergleich zum Vorjahr. Und so wird man auch dieses Jahr mit einem neuen Trainer und weiterhin mit Topspieler Deo Lofeo im hinteren Tabellenmittelfeld spielen. Auf Platz 13 habe ich mit Bologna eine Mannschaft, die ich wirklich sehr gerne mag. Mit Spielern wie Musa Barrow, Nikolas Dominguez, den beiden Deutsch-Italienern Soriano und Sansone, die wie so oft in ihrer Karriere im gleichen Verein spielen. Und eben auch Maiko Arnautovic, der jetzt nach dem geplatzten Wechsel zu United auf jeden Fall Wut im Bauch haben wird und die Liga eventuell zerschießen könnte. Allerdings hat man eben auch zwei Top-Talente, die eben schon absolute Leistungsträger waren, in Person von Teat und Hickey für viel Geld verkaufen müssen und vergleichsweise nicht ganz so gut ersetzen können. Hellas Verona ist mein Platz 12. Neutrainer Gabriele Cioffi hatte zur letzten Rückrunde Udinese Calcio übernommen und mit denen wirklich eine gute zweite Halbserie gespielt und bekommt nun den Kader von Hellas an die Hand, der vermeintlich schon ein bisschen talentierter und besser ist. Der Kader ist auch gut, vieles ist zusammengeblieben, allerdings sieht es jetzt bei Top-Stürmer Giovanni Simeone derzeit so aus, als würde er noch zu Neapel wechseln. Mit Thomas Ory hat man auf jeden Fall schon einen schlauen Transfer getätigt, über den ich ja auch schon mal in einem Video gesprochen habe, der ihn aber nur im Ansatz ersetzen kann. Auf Platz 11 habe ich dann wirklich einen interessanten Verein, über den es viel zu sagen gibt, mit AC Monza. Der Verein von Politiker und Investor Berlusconi wurde in der Vorsaison vierter in der zweiten Liga und ist dann letztendlich über die Aufstiegsspiele aufgestiegen. Durch den Geldgeber steckt man sich gleich hohe Ziele in der ersten Saison in der ersten Liga und so heißt es, dass man in der Debüt-Saison in Italiens Oberhaus direkt mal in der Top-10 landen möchte. Dazu hat man auf dem Transfermarkt richtig angegriffen, man hat viel Qualität und auch Serie A Erfahrung verpflichtet, entweder per Laie oder für eine geringe Ablöse. So holte man sich Marlon als Innenverteidiger von Donetsk, Granjo fürs Tor, Sensi, Pessina, Pablo-Marie, Petagna, Cabrari und noch viele weitere qualitativ hochwertige Spieler. Die Kaderqualität für die Top-10 ist jetzt auf jeden Fall da, nun muss man es halt auch noch auf den Platz bringen und sich miteinander einspielen. Ich denke ein Platz um Rang 10 ist realistisch und habe es jetzt mal auf Platz 11 getippt, aber wenn alles perfekt läuft, traue ich ihnen auch einen Angriff auf Europa zu, getragen durch die Aufstiegseuphorie, ähnlich wie man es in der ersten Bundesliga-Saison von Leipzig gesehen hat, nur jetzt nicht ganz so krass mit Platz 2 letztendlich, so gut sind sie dann auch nicht aufgestellt. In der goldenen Mitte auf Platz 10 habe ich den FC Turin. Der Abgang von Bremer zu Juve wiegt natürlich schwer, aber ansonsten konnte man sich über Laien mit Lazaro, Mirancuk und Vlasic, gute Spieler angeln und auch Top-Talent Riqui verpflichten. Belotti ist jetzt zwar weg, aber ich glaube Sanabria kann eventuell in seine Fußstapfen treten, die ja gar nicht mal so groß sind, wie man es zu Beginn seiner Karriere erwartete. Nach der letzten Saison, in der man 7. wurde und somit nun höchstwahrscheinlich in der Conference League spielen wird, hat man den Kader bei der AC Florenz gut verstärkt für die Doppelbelastung. Jovic wurde geholt und bis jetzt sieht es echt so aus, als könnte er funktionieren bei Florenz. Auch Dodo von Donetsk und Mandragora von Juventus wurden geholt, was den Kader qualitativ und auch vor allem in der Breite verbessert. Zudem wurde die Torwartfrage mit Golini gelöst, aber ich glaube dennoch, dass man so seine Schwierigkeiten mit der Doppelbelastung haben wird und am Ende so auf Platz 9 eintrudeln wird, auch wenn man wieder um Platz 7 rum mitspielen wird. Sassuolo Calcio ist mein Platz 8. Die gehen nämlich in das zweite Jahr mit dem Trainer. Der Großteil der Mannschaft ist eingespielt, denn nur Scamacca hat den Verein von den wichtigen Spielern verlassen. Drei der überragenden vier Offensiven aus der Vorsaison sind also noch da mit Berardi, Raspadori und Amet Raoré. Wobei Raspadori noch zu Neapel gehen könnte, da muss man jetzt mal schauen, was noch so passiert. Mit Pinamonti hat man auf jeden Fall einen ähnlichen Spieler als Scamacca-Ersatz verpflichtet, auch wenn dieser spielerisch limitierter ist und noch geschliffen werden muss zu einem Top-Stürmer. Alles in allem kann die Mannschaft denke ich an die Vorsaison anknüpfen und vielleicht ein bisschen an Europa schnuppern. Auf Rang 7 sehe ich dann Lazio Rom. Man hat mit Luis Felipe einen sehr wichtigen Spieler ablösefrei verloren und mit Romagnoli auch gut ersetzt, aber dies stellt dennoch eine kleine Schwächung dar. Zudem hat man mit Luis Maximiano mit den besten Torwart der Vorsaison aus der spanischen La Liga geholt. Mir gefällt auf jeden Fall die klare Spielidee von ihnen unter Sarri mit den offensiven Außenverteidigern, den inversen Flügeln und den starken Achtern mit Milinkovic, Savic und Luis Alberto. Die Qualität in der Breite ist jetzt nicht die höchste, dennoch würde ich ihnen auf jeden Fall mehr als Platz 7 zutrauen, aber den Vereinen davor halt auch allen. Der Verein, der direkt vor ihnen landen wird laut meiner Prognose, ist Neapel auf Platz 6. Nachdem man ja im Vorjahr ziemlich lange im Rennen um die Meisterschaft dabei war, hat man nun Leistungsträger verloren mit Insigne und auch mit Koulibaly zu Chelsea. Im Gegenzug konnte man mit Kim, Östiger, Quarackelia und Olivera einige vielversprechende Spieler holen, bei denen aber fraglich ist, welchen Impact sie direkt haben können. Petanya wurde abgegeben und somit hat man keinen richtigen Stoßstürmer mehr gegen tiefstehende Gegner zur Verfügung, nur noch Oshiman, den ich teilweise für overrated halte, weil er in den Spielen gegen Topklubs oft nicht liefert. Außerdem ist halt noch ungewiss, ob Fabian Ruiz noch wechselt bzw. ob man Keila Navas holen kann. Juve, Juve, Juve. Mein Platz 5, Juventus Turin. Ich verstehe den Kader einfach von vorne bis hinten nicht. Man denkt, man hat einen Sechser, aber weder Zakaria noch Locatelli sind für mich reine Sechser. Rabiot, Arthur sind beide nicht zu gebrauchen. Dann holt man jetzt Kostic und die Frage ist, wie will Allegri überhaupt spielen? Kostic ist mit Abstand am besten als Wingback, aber der Kader passt halt einfach nicht für eine Dreierkette, weil man viel zu wenig Innenverteidiger hat. Aber dann, wenn man es dennoch spielen würde, hätte man viel zu viele Mittelfeldspieler und auch Offensivspieler. Dann verkauft man jetzt Delicht ohne Zwang und auch die Verpflichtung von Pogba verstehe ich nicht, denn so gern ich ihn wieder in seiner Prime sehen würde, wirft man da doch nur viel Geld für das Gehalt eines Dauerverletzten raus und ich glaube nicht, dass er nochmal an die Leistung rankommen wird aus seiner ersten Zeit bei Juve. Aber nichtsdestotrotz ist die Qualität natürlich da mit einem Flarovic und jetzt auch mit Di Maria und Bremer, der letzte Saison wirklich einer der besten Innenverteidiger der Liga war. Und so wird man irgendwie mit nicht ansehnlichem Fußball um Platz 4 mitspielen, aber laut meiner Prognose die Champions League dann tatsächlich verpassen und auf Platz 5 landen. Atalanta, Bergamo ist noch übrig und landet auf Platz 4, laut meiner Prognose. Nach der letzten Hinrunde, also letzte Saison, war man auch Vierter, nach der Saison dann letztendlich aber Achter und so spielt man das erste Mal seit langem mal wieder nicht europäisch. Doch der Kader wurde, was die Stammspieler angeht, zusammengehalten bis auf Freuler, den man aber gut mit Talent Ederson ersetzen konnte, der die Liga ja aus seiner halben Saison bei Salanitana kennt. Zudem konnte man Lookman verpflichten und sogar Demiral und Boga nach deren Laien fest verpflichten. Vielleicht springe ich da ein bisschen zu sehr auf den Hypetrain bei Atalanta mit Rang 4, da ich den Kader halt sehr interessant finde mit Talenten wie Scalvini, aber auch gestandenen Spielern wie Malinowski, denen ich halt einfach wirklich sehr gerne zuschaue. Aber durch die nicht vorhandene Doppelbelastung in dieser kräftezehrenden Saison wird man denke ich auf jeden Fall vorne mitspielen und ja, vielleicht Rang 4, mich würde es auf jeden Fall sehr freuen. Auf Platz 3 habe ich die Roma. Die Mannschaft von Trainer Mourinho wurde ja nach dem Sieg der ersten Conference League weiter verstärkt. Man konnte Dybala Ablöse frei holen, Celik von Lille, Matic und jetzt auch noch Wijnaldum ausleihen. Die Transfers werden gerade auf jeden Fall sehr hoch gehypt, wobei ich da nicht ganz mitgehe, denn zum Beispiel ein Wijnaldum ist nicht so stark wie ihn viele sehen und er muss in einer spezifischen Rolle eingesetzt werden, so wie damals bei Liverpool, da er halt extreme Defensivschwächen aufweist. Auch Mkhitaryan hat man als wichtigen Spieler abgegeben. Warum ich sie dennoch auf Rang 3 habe, wenn ich die Transfers nicht so gut sehe, ist, dass ich den vorhandenen Kader schon extrem gut finde. So wäre man letzte Saison schon Vierter geworden, wenn es nach Expected Points gehen würde und der Kader ist halt auch einfach geil mit Spielern wie Abraham, Spinazzola, Pellegrini und auch vielen guten Talenten wie zum Beispiel Zalewski. Ihr wisst, wer übrig ist? Die beiden Mailander Vereine. Jetzt ist die Frage, wer wird Meister? Ich habe mich auf Platz 2 für AC Mailand entschieden. Transfertechnisch musste der Meister nämlich Cassier abgeben. Verpflichten konnte man im Gegenzug Divock Origi, Charles de Quetelare und Adli ist von seiner Laie zu Bordeaux zurück. Man wird auf jeden Fall wieder um die Meisterschaft kämpfen, aber dieses Mal denke ich nur Zweiter werden, auch da man letztes Jahr seine Expected Points extrem überperformt hat. Sowas habe ich selten gesehen. Und es ist halt auch fraglich, inwiefern man diese Saison halten kann. Auf Platz 1 der Meister laut meiner Prognose in der Serie A ist somit Inter Mailand. Der Kader ist eigentlich relativ gleich wie im Vorjahr. Es wurde nur Perisic abgegeben, den man aber intern schon gut mit Gosens ersetzen konnte. Ansonsten hat man noch zusätzlich Talent Aslani, Mkhitaryan und natürlich auch Romelu Lukaku dazu geholt, bei dem ich aber so ein bisschen meine Zweifel habe, ob er unter Inzaghi an seine letzte Intersaison anknüpfen kann, da das System halt nicht ganz so perfekt zu seinen Stärken passt, wie das damals unter Konte der Fall war. Dennoch hat man ja Dzeko immer noch als Notlösung da und ich glaube, dass die Kaderqualität auch einfach viel höher ist, als die vom AC Mailand, die sich halt letzte Saison so ein bisschen in den Rausch gespielt haben. Und so denke ich, dass dieses Jahr wieder Inter Meister werden wird, auch wenn mein Mailand-Herz eher für den Rivalen, also rot, schlägt. Das war also meine Prognose zur Serie A zur Saison 22-23. Wo stimmt ihr mehr zu? Was seht ihr ganz anders? Lasst es mich gerne wissen, auch gerne eure eigene Prediction. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao!